das ist es denn ich guck dir zu Hey Andy nee das bist du gar nicht ähm hier da ist er wo ist er? Da ist er der Andy Ja wo ist er? Ja da ist er? Ey das habe ich den ganzen Tag hier Alter fein Warte warte ich fahr zurück 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 Parkplätze reinfahren. Probier's doch. Versuch mal. Probier's mal für uns aus, bitte. Hier sehen wir, wie ein wildes Andy einparkt. Oder zwei parkt. Nee, einparkt. Er parkt nur einen. Ach, schade. Gut, dass ich nicht das nach Addys genommen habe. Wuff. Hange ich jetzt auch zu? Ich will da mal rein. Alles zu? Ja, dann spring da drüber. Annehmebar. Wegen wem wohl? Oder fahren durch die Hecke. Wo müssen wir ihn jetzt noch hin? Zu meiner Firma und dann zu Josch. Ja, und Josch ist ganz viel anders. Dann müssen wir erstmal hier noch Fracht von mir aufnehmen. Ich habe nämlich einen Auftrag bekommen. Ach, der Carsten nimmt auf. Dann fangen wir jetzt durch den Park. Fangen wir jetzt in Werkstatt, meine Firma, Carsten, Josch. Das ist cool hier. Brauch' das cool. Ich kann mal gerade wieder die Wendelschleifen. Da macht man einen Screenshot. Schau mal, schau mal, komm mal hier her, Jül. Das ist voll cool, fangen wir hier durch. Wo? Hier, da weh, da rechts nehmen, dir egal. Nee, feiert einfach mal nicht da durch. Oh Gott, da fahr ich doch nicht mit Tastatur durch. Ja doch. Da kann sie deine Fasskills beweisen. Okay, warte mal, ich sage, in welchen Fasskills? Äh, wenn die Schleifen, da sind wir gleich, wir kommen mal gerade von der einen Seite da reingeschossen. So, ich fahr mal, ich hab doch keine Vorfahrt, aber... Doch hast du. Wo ist denn hier die Werkstatt jetzt? Ja, da fahr'n wir jetzt hin. Der Jatak, der führt uns. Also wir warten mal auf den Jatak. So, bitte links abbiegen. Ah, ich hätt' es mal gewartet, bis du da bist, aber so, okay, fahr' mal vor. Du brauchst ja nicht auf den Juliaman. Der ist eh nix wert, ne? Das hast du gesagt. Ja, das ist voll gemein. Denkt ihr? Nein, ich denke sowas nie. Das wird ein Zuschauer nervend. Julian, das war außerdem, ähm, jetzt falsch ausgedrückt, der ist eh nicht wert, stimmt nicht. Es ist mehr so die Tatsache, der kann eh nicht fahren, das ist was anderes. Was ist er nicht, der ist wert? Andi, der, der im Glashaus sitzt. Wieso, ich hätt' dir jetzt die Sprache einwand verabgeliefert, wär' ich dir nicht hinten raufgekesselt. Ja, aber, ähm, jeder macht Fehler. Was, wer, transportiert ein Kessel? So, rechts, ne? Jetzt rechts. Mirakulix, ja. Ui. Ich muss zugeben, ich bin auch, ähm, ich, ich... Da war ein Stoppschild. Ich hab' das mit der Abfahrt nicht gesehen, das, du, ne? Da war ein Stoppschild. Ja, eben, mit der Abfahrt. Das war ein Unfall. So, hier, da müsst' er rein, da. Ah, da müssen wir auch mal rein, da. Da müsst' er rein, da. Dann bleib' ich mal da draußen, da stehen zu. Ach, du willst nicht rein? Nö, meiner ist Heile. Nö, ich bin ja auch nett hinten draufgefahren vorhin. Ich tankte sehr weniger wieder, Juni, ich fahr' da mal an die Tankstelle. Ich bin vorne an der Tankstelle, falls ich jemand dafür interessieren. So, wie soll denn, ach, ja, tanken, cool-idee, cool-idee, ey, cool-idee. Aber voll cool, voll cool. Wo ist jetzt hier dieser Punkt zum Revolver, da, wo ich stehe? Da, wo, la, wo, da, wo ich stehe? So, erstmal die Tankstelle aufsetzen, ey, die hab' ich gar nicht aufgesetzt hier. Hey, 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 hey. Ach, deswegen fährst du so. Carsten, fahr' mal, so wie sie auch hinkommen. Nö. Ich, äh, kann ohne Brille genauso stabil sehen wie mit. Ha, 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 jetzt kann ich mich auch tanken. Muha. So, jetzt hab' ich dir ein bisschen weggeschutzt. Du kleiner Kacker. Ich muss aber kurz in die Werkstatt. Du kleiner Kacker. Mein LKW ist ein bisschen kaputt. So ein bisschen, so, voll. Carsten, fahr' mal weg. Carsten, fahr' mal weg. Ja, ich fahr' doch schon weg. Carsten, fahr' mal weg. Ich fahr' doch schon weg. Ich bin doch schon weg. Uh, uh, uh. Andi, bist du da? Hä? Schwarzdecke voll. Stehst du hier bei mir irgendwo? Ja, ich steh' hinter dir. Ich warte, dass ihr losfahrt. Ich, äh. In welche Richtung müssen wir denn, Julian? Äh, da, in die andere. Ich. Darum kann das ins Landpferd machen. Ach, nee. Muss ja noch mein Frechtchen abholen. Hoch, 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 Hoch. Freckeln, Frecht. Er muss ein Frechtchen gewandert werden. Unser Freund ist. Nein, das ist ja ohne die Nachrichten auf der Straße. Muss ein Verständnis oder kann ich wenden, weil das ein Bedroff steht. Kollege, Frau Bauer, der Mann. Der, 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 du. Jetzt links. Die nächste, bitte links. Da könnte ich auch nicht warten. Abola, einer. Was war das denn? Ach, Andi. Dann kann ich jetzt aber nicht behaupten, ich werde hinten drauf gefahren. Nö, das mache ich auch gerade extra, weil du kriegst auch noch ein paar ab. Hier ist mir doch egal, ich habe eh genug Geld. Hier, gleich zu Beginn der Aufnahme, juhu. Ricardo, juhu. So, seid ihr links an der Tankstelle gefahren? An der Tankstelle links. Jetzt könnt ihr losfahren, jetzt sehe ich euch. Links sind wir gefahren. War schön hier. So, dann bis hinten durchfahren und dann rechts abbiegen. Dann rechts und dann wieder links, ne? Ja. Auch schon läuft was pink, oh. Hast du den Punkt gesetzt, wo ich hin muss, oder hast du an der gleichen Firma deinen Startpunkt? Ich glaube, ich habe da meinen Dingsbums. Ja. Kassner hat er seinen Dingsbums, das wusstet ihr jetzt schon. Hui. Da ist ganz schön was los, da. Und dann an der Party-Ampel, wo Stopp steht, links. Ah, also da bleiben wir jetzt wahrscheinlich nicht stehen, denke ich mal. Doch, ich bin stehen im Ding. Ja, weil wegen Stopp-Schild und so. Ne, Stopp-Straße. Ja, das ist ein Schild. Hier stehen sie alle auf der Straße und versammeln sich. Die kann man gerade nicht so leicht durchfahren. Dann müssen wir an der Service-Ide-Grat nicht mal, nicht mal andere zwei, sind dritte voll oder so. Oh, ich glaube, ich muss jetzt hier rechts rein. Wenn der Ochse da mal fahren würde. Der Ricardo. Oh, hi Andy. Was macht mir beiden davon? Oh, Kassner fahren. Links rechts. Die nächste Firma, die nächste Firma. Ja, bleib mal stehen, der Kassner. Äh, links rechts, Kassner. Du musst gerade aus und dann die nächste Linien. Ich komme da, glaube ich, nicht durch. Ich probiere das mal. Ich probiere das mal. War doch einfach noch vorbei. Meine Firma ist ja am Arsch der Welt. Lol, Roffel XD. Ach du Scheiße. Hä? Wo musst du denn da hin? Der hat zu mir gesagt, ich soll dann links fahren. Jetzt stehe ich vor einer Wand. Ja, ich sehe gerade Andy, der grüne Punkt, wie er sich mit auf die Straße zurückbewegt. Es fährt er zurück. Es blockiert den blauen Punkt. Andy, das ist ein blauer Punkt. Der rammt sich vielleicht gleich. Oder ist vorbei. Ich stehe ganz am Straßenrand, da kann nichts passieren. Ah, jetzt fährt der blaue Punkt auf uns zu. Der war da hinten. Ja, was macht der? Der Kassner nimmt noch Fracht auf. Schwarzdeckel-Fobie. Was, Schwarzdeckel-Fobie? Ja, das hat einmal am Tag stehen. Sonst können wir fahren. Der Kassner ist fertig. Wo steht denn ihr jetzt? Ich stehe hier an der Ampel. Ja, der Kassner ist gleich hinter dir und ich bin hinterm Kassner. Okay. Kassner, du hast nur so ein grober Teil vom Landwirtschaftskommulator. Ja, so grober, genau. So ein grober. Fahrt. Ja, fahrt mal. Ich bin fahren dürfen. Da stehen da rechts welche. Fahrt mal da vorne. Fahrt mal da vorne. Da sind die ja gar nicht. Hä? Die haben da, da standen noch Spieler. Und die sagen, fahrt doch mal. Und ich schreien die Spieler da an. Die, die gar nicht hören. Die, die. Die, die gar nicht hören. Die, die alle vorhin, ja. Die, die kann super. Die, die der Denker. Nee, 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 nee. Die sind gerade rechts runtergefahren. Nein, ist der Gaspedal kaputt, oder? Immer geradeaus. Immer geradeaus. Immer geradeaus. Immer geradeaus. Oh, guck mal, wie geil, da ist mehr. Essen, 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 wir, ein Ludemere. Ja, nein, hier ist alles dunkel. Da links ist mehr. Da war alles dunkel. Guck mal, hier ist eine Donutkette. Möch, jemanden Donaut. Oh, keine Treikon. Oh, der ist auch so am Blinken. Ah, was ist denn jetzt schon wieder? Oh, die haben, was ist denn, was ist denn, ich habe, ich kann, habe hinten keine Augen. Oh, das ist ein Donut-Ding. Oh, und das ist 100 Euro. Ja, das war hier gerade eine kleine Blockade. Komm ich hier nicht mehr hoch? Der Carsten ist ein Bildes-Sex-Gang-Getriebe. Hey, bist du mal 18 Gänge genommen? Ja, du kommst aber auch nicht besser hoch. Ja, ich habe auch das Sechs-Gang-Getriebe. Ah ja, das, das daran liegt. Ich habe auf dein Rat, ich habe auf die Stimme gehört. Hör auf die Stimme. Mach, was du willst, habe ich gesagt, die ganze Zeit. Ja, 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 der beschwert sich jetzt nicht, dass die ganze Zeit gesagt wird. Du bist der Faxen, dann habe ich nicht. Du kannst selbst entscheiden. Sei doch mal selbstständig. Ich nehme aber was anderes, ich habe mich schon auf dem Cast appearen und habe schon irgendwie das Interieur geändert oder sowas. Na, immerhin. Ich habe keine Geschwindigkeit erwähnt. Was, wo, links? die hier waren die Ereignisse ausgefahren ist ist die Firma links ADI Fieber links heißt das ja die Firma abwand mit der Fläche zu sehen waren wo ich nur die Ereignisse ich mache einen einfachen auf Nummer sicher gehen sie ist noch immer sicherlich bis YouTube so Prozent hoch ich werde mir stehen vor dem Schild Pflaster und Söhne was war das denn ich stehe hier oder sind ich denn jetzt gegen das ich bin doch nur hier in die Einfahrt gegen den Karsten ich stehe hier das ist doch No Collision Zone denke ich noch nicht nein hier ist keine No Collision Zone oh Gott da hupt irgendjemand der Feigling hupt ja ich kann aber jetzt gerade nicht fahren ach jetzt ist auf einmal das ich kann auch gerade nicht bitte warten sie ja an warte mal genau an die rückwärts und bis nach rechts lecker kommt sie da vielleicht irgendwie wo man da mal hin dann haben wir zu mir fahren oder und wenn die Karsten hat Karsten seine Fracht schon ja dann müssen wir zu mir fahren bleib weiter stehen da vorne ja mach ich ja er wirst du wo es hingeht er hat mir gar nicht mehr aus der Firma rechts oder links rechts rechts da wo die anderen sind die Chaoten siehste wir müssen mich wieder quer durch San Diego ja super gell er hat sie nachher vor oh ja ich fahr mal vor fahr doch mal vor Yoshi 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 yeah 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 Spaß der Andi steht da wie so ein Police Officer mit seinem Wagen auf Streife und wenn da jemand vorbeigeheizt kommt dann was für ein Streifen denn ein pinker Streifen ich glaub Andi hat einen grünen Streifen einen grünen Streifen und sie kriegen da ein Zeiger vor Travelling und sie kriegen da ein der Andi hat wohl nicht so eine Musik in seinem Ankündigungsvideo gehabt für den Stream Smoothie Musik Smoothie Musik was war das Move dran ja die sie war so ein bisschen in der Erwärmung Rathausen was zu den Taktik ich habe mich jetzt eigentlich nicht ja ich so wie so ein Thema ich darf nicht schlafen ich bin wirklich meld das Spiel glaubt mir das noch nicht die war doch nicht aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaah was Andi hat mal eben die Beinchen gehoben weißt du Andi du bist immer so eine so eine Stuntsau du musst immer du musst irgendwelche, irgendwelche Stunts machen seid ihr noch da ja wir sind noch da Andi ist nicht umgekippt er hat nur das Beinchen gehoben oh das Meer Aua 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 Das übersteuert das tut weh in die Ohren was machst du dir in der Summe die Späße ist komplett rot geworden was hast du gemacht ich bin ganz normal gefahren ich habe gar nichts gemacht ich bin nur herausgefahren der Jürgen des Roten ist auch gar nicht irgendwo gegen die Anlage gewesen also ich will was soll ich mir Probleme in der Notarbeiter auch ein bisschen gehen also mein Motor ist aus Kultursieb der geht auch nicht an einer wir kommen gleich wieder in der Werkstatt vorbei ja ich stehe schon in der Werkstatt weil mein LKW hat 100% Schaden in der Werkstatt in der Werkstatt was hat ein LKW damit zu tun der repariert wahrscheinlich meinen Truck weil in den USA gerne mal aufgesourcet wird ja aber dann müssen die den LKW nach Indien verschicken ja wer weiß dass die das nicht machen es wäre dann verschickt also ich stehe jetzt in San Diego ich bin gerade vollstanden Mann Mäßig an ein paar Malen die Wörstel LKW LKW ich bin aber gar nicht so schlecht er sich ständig steht eine Werkstatt in San Diego Kohl stehst du in die Städte Ehebung was sie in Madagaskar immer noch St Diego jeweils sind St Diego ja wie war das nochmal Was, bitte? In Madagaskar. Die sind doch eben zu von New York. San Diego. Was ist doch mit San Diego? Andy, wo kommst du denn her? Ich hab die Volt nach San Diego. Hat die mich erschreckt, Dicker? Nee, ich hatte einen Schaden. Ein Schwung in der Schüssel. Das kennen wir aber alle, Andy. Das lag bestimmt an dem Weenie. Ach, du hast dich auf meinem LKW abgestützt. Deswegen bin ich kaputt gegangen. Nein, eben auf der Seitenwand. Wie neulich schon mal bei ETS.